Moin, bleiben wir los. Mein Name ist Fronin und heute herzlich willkommen auf Wraps Play. Ich bin grad noch Nudier am Essen und geht in den Dschungel. Man hört's gar nicht. Auch klar hört man das. Vollmond, sprich mal nie. Ja, muss aber auch. Die Leute wissen sonst nicht, wer ich bin und wo die sind. Musst du mal sagen. Ist sonst noch ein bisschen... Alter, was ist denn mit euch los? Ich rühre mich heute alle Grenzen. Was ist denn los bei euch? Krieg ja jetzt schon die Krise. Nee, hier ist Bellica. Weiß noch mal ab, man. Da ist er. Alter, deine Pfiffe. Du brauch Hilfe! Komme! Mine! Scheiße! Oh nein! Du Knub, du Kacknub! Kacknub! Wir sind gerade erst raus! Hilfe! In your face, Biatch! Where's the side? Alter! Where's the side? Komm, komm, schluck die Nudeln, Junge. Wir hatten noch Schinken zwischen den Zähnen, Alter. Was geht denn ab? Oh, ich... Wäre schön, wenn ich gestorben wäre. Da hätte ich jetzt noch essen können. Scheiße. Aber es sind, glaube ich, eh nur noch 20 Nudeln oder so. Was für Tümbler ist, was macht der? Weiß es nicht, er hat mich im Stich gelassen. Jetzt trommel ich mir alleine hier ein. Ey, das ist doch... Was ist denn hier los? Abgequieselt. Jetzt sind wir wieder in der Holzseele unterwegs. Oh, ich bin gequieselt. Oh, ey, was ist denn da los, Alter? Sorry, YouTube, jetzt kriege ich wieder 100 Flame-Kommentare. Öh, diese Assi! Ich habe was Besseres zu tun, als mir seine Rülpser anzuhören. Habe ich echt schon mal bekommen, so Kommentare. Die lispeln alle, oder? Ja, ja. Die haben beim Kommentarschreiben schon gelispelt. Nee, da habe ich mal im Stream rülpsen müssen und habe dann natürlich ordentlich gerülpsen, wie ein Männer das halt so machen. Ja. Ja, und dann habe ich nur Flame kassiert. Alter, ich habe hier... Ich habe hier eine Gold-Spielerin. Eine Gold? Eine Gold-Aurora gegen mich. Was ist denn eine Gold-Aurora? Also Master. Ja, ja, ja. Niemlich unsexy. Gold ist ja nichts mehr, Alter. Übrigens kam dieses Links wird gequieselt zwei Minuten später, ne? Also war ein bisschen befrüht. Du kannst uns, glaube ich, hell sehen, ein bisschen. Ja, man. Hurra. So, Stein in your face. Sind da drei Links, oder was? River Buffs! Oh, das ist keiner in der Mitte. Ich bin gerade am Green Buff dran. Ich habe den jetzt halb down. Ich scheiße jetzt auf die River Buffs erstmal. Ich nehme lieber den Green Buff. Ich fange mit dem roten. Ich komme nochmal zurück. Wütze, ich gehe wieder. Ich wollte hier nur ein bisschen safen. Den roten. Prinzip, den Last-Hits hat er nicht verstanden. Ich bin blass. Oh. Ich komme, ich komme, ich bin unsichtbar. Nein, ich muss weg. Nee, greif dir mal an, greif dir mal an, Alter. Nee, ich habe nichts mehr. Hey, du bist doch noch... Achso, Full Mana und Half-Life. Full Life. Hier ist er. Half-Life war ein Anritsspiel. Ich habe nichts mehr, aber den machen wir so. Ja, alles klar. Okay, dann machen wir die Minions weiter. Ich gehe auch erstmal weg, schnell noch Nudeln. Oh, jetzt ist eine Nudel, die ist schon ganz schwarz. Das ist aber keine Nudel. Doch. Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh, du bist so schlecht. Mitte, mach mal Mitte. Ja, Twim, lass es da. Jawohl. Kannst du sie stun? Die Alte? Stun sie. Stun sie, Bob. Stun sie, Bob. Ist ja nicht nur ihr Stunt, ich habe hier eine reingezogen. Yes. Ich habe hier einen getrommelt. Shogoki dann. Ja, Mann. Smack, Junge. Smack mit dem Bauch, Junge. Heute habe ich ein YouTube-Video gesehen. Shogoki in a nutshell. War sehr lustig. War coole Musik und er hat die ganze Zeit Leute gequieselt. War ganz geil. So, Aurora, ich komme jetzt zu dir. Ich möchte den Fight deines Lebens sehen. Alter, was ist denn du da oben? In your face, Biatch. Was passt? In fünf Sekunden, drei, zwei, eins. Ich gehe mal ein. Nein, was ist denn das für ein Scheiß? Kannst du noch jumpen? Ich habe vier Sekunden bis zum Stein. Nein, ich habe nicht mehr. Homme. In your face. Ja, sehe ich schon. Where's it? Oh, du bist so schlecht. Oh, du bist so gut. Okay. Ich gehe zurück und kaufe meinen Donnerspalter. Yo, kein Ding. Alter, Quiseltoni. Ich hau mal ab. Äh, Riverbuff. Ach komm, ich verkaufe erst mal Token und jetzt holen wir einen Donnerspalter. Was hat sich Blackpuff geholt? Ja, nur Bede. Oh, ich gehe noch mal kurz weg. So, Sauger raus. Lazarus, Klinge rein. Beste. Wo ist es? Ich habe schon kauen, bin nebenher. Letzte Nudel, komm. Und ab geht's. Nein. Der Schinken ist runtergefallen. Nein, der Schinken. Drei Sekundenregel, kannst du noch in den Mund stecken. Ja, ist in den Teller gefallen, wie das geht. Läuft. Boah, hier wird Hardcore gejungelt, ey. Halleluja, wie hier gejungelt wird. Das geht ja easy peasy jetzt. Hast du Ulti-Ritze? Ja. Ja, dann warte mal. Ich komme gleich. Ich komme gleich mal. Du musst auf die Mitte gucken. Also, ist noch ein bisschen gepusht. Nee, ich muss jetzt gerade links ganken. Auf Murdoch, bitte. Ja. Hast du einen geultet? Nein. Ihr habt rechts keine Wards. Ich muss weg hier. Fuck. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Okay. Kannst du nicht, ne? Ich hau ab. Die hat irgendwie... Die hat auf zwei Ebenen ihren Rauchreif gestellt. Auf zwei Ebenen, Alter. Was war denn das? Oben und unten. Heftige Scheiße. So, ich esse jetzt noch die harte Nudeln. So. Okay. Die ist halb schwarz, aber auch aufgeweicht. Bäh. Bäh. Was sind denn mit der schwarzen Nudeln, Alter? Ja, das ist ein Nudelschinkengratter gewesen. Und obendrauf werden die manchmal ein bisschen... Weißt du, was? Ach so, am Braten quasi. Ja, es kommt auch in so eine Auflaufform und dann in den Ofen. Und wenn die Nudeln halt oben schwärzer als unten drin. Mit links ist Mist. Ja. Machen wir wahrscheinlich vielleicht den Gold-Buff nur oder so, aber... Alter, Demo, du bist ja ein richtiger Knilsch. Ja, die lässt sich leicht quieseln, die Countess. Aber warum? Ich schreibe sie mal gleich an. Ja. Kriegst du immer Friend-Requests und dann fragst du immer nach. Oh, die haben ja ordentlich gewordet, Alter. Ja. Mal aber erst den Buff. Er kommt zu... Er macht einen Warder wieder, pass auf. Ja, der hat sich einen roten Buff geholt, der... Twin Blast. Ob der den braucht? Stimmt nicht. Alter, warum ist mein Mana wieder... Achso, ja doch, ich hab einen Buff geholt. Okay. Ich würde sagen, mein Mana ist schon wieder voll. Ich war eben oben. Und jetzt wieder Full Mana, ist schon geil. Gegen Hallas. Es steht 7-1, Leute. Das läuft ja bei uns, oder? Wer sind das? Alter. Kommt ihr denn her? Wollen wir bitte mal ein bisschen pushen zu dritt? Jo, zu viel jetzt sind wir so, ja schon. Ja, dann komm, machen wir mal hier ein bisschen mit, Tower. El Rompage, mir egal. Hitte mich doch so viel du willst. Fiese Sau. Die rotieren zu uns von links. Ja, ist mir egal. Wir holen jetzt den Tower erstmal. Mal ein bisschen weiter gehen? Ja, ein bisschen. Hab ich noch. Ulti hab ich noch. Dann semmel die mal da rein. Nein. Warte, erstmal werden Vinions kommen. Ah, ja, okay. Hat den Glück gar nicht. Nein. Ach ihn. Ich hab ihn stand. Ich bin dran. Alter, irgendwas hat mich... Ach, die Bellica. Scheiße. Ey, der hat doch nur noch Millimeter HP. Das Ding war, ich hab erst Rechtsklick gedrückt und dann Ulti. Und eigentlich wollte ich die Ulti so drücken. Es tut mir leid, Leute. Ich bin schlecht. Äh, ich kauf mal ein Brot. Das wird nicht passiert. Ja, ich weiß. Und da schwarze Nudel raus, Alter. Geh mal nach rechts, ich guck mal kurz. Ah, ich... Schlussbuffs in 12 Sekunden. Jo. Oh, hol nicht mir mal einen hier. Die Scheiße war einfach, ich bin gesprungen und drücke dann Ulti und sie kam nicht raus, weil ich ja im Flug war und dann hab ich schon zwei Hits vom Tower abbekommen, als ich gelandet bin. Du hast dich doch gar nicht recht, Fertchen. Ist doch alles... Ja, aber das regt mich auf. Es regt mich auf, wenn ich dumm bin, weißt du? Das regt mich echt auf, immer. Also, wenn ihr dumm seid, ist mir das egal. Dann... Dann macht es mir Spaß, mich aufzuregen, aber wenn ich dumm bin, dann regt mich das auf. Wer ist tot? Die sind nur noch zu viert, die Gegner. Die Kaffee rechts sind... Ja, Comtesse ist gelieft. Oh, Ritzel, Kommunikation! Ich wollte eigentlich gar nicht. Wollst du ja gar nicht sterben, ach so, ja dann. Nee, das war meine Absicht. Ich wollte nicht sterben. Alter. Alter, ich krieg hier voll die Hucke voll. Spring doch! Alter, er springt nicht. Er springt einfach nicht. Oh, warum springt er denn nicht? Ich guck's mir in der Cam an. So? Ey, was hat mich denn da gest... Ach, war das ein Stein? Guck mal nach. Felsenbock-Wurf. Minions und ein eisiges Schwert. Okay. Jetzt habe ich noch ein 2-0 und ein 2-2 gemacht, nur weil ich zweimal dumm war. Obwohl, ja, ich wollte eigentlich nur den Tower defen. Okay. Ich habe schon ein paar Bier getrunken, also. Wundert euch nicht. Da, den Rampage könnt ihr quieseln. Da kommt die Ult. Nein. Wie lange hat denn der Ulti? Immer noch. Das ist ein Ulti-Hack. Nein. Der hätte getroffen. Ich muss farmen gehen gleich. Ich nehme mir noch den Buff hier mit. Ja, jemanden junglen. Die machen hier gleich mein Throm rechts. Ja. Wo ist denn der Thunblast? Ah, das ist in der Base. Nicht da hinten. Ja. Zwei Minions. Ich mache jetzt erstmal einmal den Jungle, eine Runde. Wie viel habe ich denn? 17. Ich habe am meisten im Dings. Dings? Im Spiel. Spiel war das Wort. 17. Ja, 17. Gartenbunk, ja. Ja. Okay. Am meisten im Spiel. Artenintest. Ich bin ein bisschen unter Nudeln, glaube ich. Ja, musst du denen mal die Schwarzen gönnen. Die verleihen Zauberkräfte. Da feedet man wie kein anderer. Ohne Scheiß, seitdem ich die Schwarze Nudeln gegessen habe. Das ist ein Black Buff quasi. Ohne Scheiß, hai. Ja, der Schwede. Ohne Scheiß, was soll ich denn denn das? Alter Schwede. Oh, das ist echt schlimm. Oh, hier ist ein schweiziger Buff. Wo liegt mir da gerade nicht? Ich habe die Kappen. Ja, leid, ich soll Haui nehmen. Voll mit Maler, hol sie erstmal nach. Läuft bei dir. Läuft bei dir. So, ein bisschen Standard-Charge, ein bisschen Druck machen. So, Popo. Ich komm mal zum Demosis. Das ist eine alte Rampage, kommt zu uns in der Mitte hier von links. Vielleicht erwischen wir den allein. Da kommt er schon. Komm her. Er möchte nicht. Deine Hand genommen. Ja, ja, ich mach grad den Green. Halt den mal ein bisschen auf. Den Green Buff, den nehm ich mir doch gern mit. Nein. Und Bellica hat den. Rampage kommt hinter dir. Oh, fuck. Da kommt noch jemand. Alter, was ist ein Schaden? Lol. Ja. Da ist es immer wieder weg. Scheiße. Fuck. Oh, shit. Achtung, Stein. Ritze kommt. Ultet. Oh, komm, die macht dir noch. Die macht dir noch. Dann eh einen Stun hier mit deiner Keule. Okay, da hat er noch einen bekommen. Geh links, Stefan. Oh ja, rechts geht am einer. Rechts bitte. Ich muss links treffen. Ich verstehe auch immer ja nicht, wo Dings ist. Wimblast? Der ist tot. Gut. Aua, Countess ist disconnect. Ja, hab ich doch schon von einer einer Stunde gesagt. Ja, ne, ich krieg da nicht mit, ich hör nicht. Ah, ich denk, du hast ein neues Headset. Ja, ich hör doch nix hier. Wenn ich zum Kill-Wahn drinne bin, dann bekomm ich nix mehr mit. Naja, im Kill-Wahn. Wie viele Kills haste? Bye. Oh Gott. Hab ich auch. Lassen wir das mal gelten. Lassen wir das mal gelten. Oh. Aurora? Oh, hier ist Murdoch. Zusammen können wir den quieseln. Dann quieselt. Komm zu dir. Aurora, geht mal oben hier. Ey, ihr müsst... Wenn ihr Hilfe braucht, müsst ihr direkt schreien, gell? Weil ich kann nicht jede Sekunde auf die Map gucken. Nee, ich mein nur... Dann können wir nämlich alle schneller moven und haben dann immer... Oh ja. Ja, das ist ja unsichtbar, der Wichser. Hier ist er doch. Und zündest du denn jetzt die Ulti, Alter? Gib ihm hart! Ist er hinten? Ja, hier hinten. In der Mitte. Aua, was ist das? Na? Alter, die sehen noch alle... 3, geh raus. Zieh die Ulti. Hab ich doch schon. Da kommen noch mehr, Mann. Ich bin tot! Alter! Die hat mich in der Luft festgefroren. Ich konnte wieder nicht springen. Ah! Da kann man sich den Ice Rampage Skin auch sparen. Weil so bin ich auch in der Ice Rampage gewesen. 2-3-3, ey. Können wir jetzt mal bitte gewinnen? Was baut denn der Husker da? Gnadenlos. Der baut jetzt schon Crit und Kinetik, aber kein Damage. Doch, jetzt hier hat er Damage drin. Was fallen den Tower da rechts? Raus, Banana. Ja, bevor du stirbst, geh raus. Lol. Das hat ein Ulti. Was soll ich machen? Weglaufen. Weglaufen. Hier läuft keiner weg. Wer sind wir denn? Am Verlieren. Okay, es steht 8, 8, 8. So, jetzt mal Konzentration, Leute. Jetzt wird mal hier weniger getrollt und mehr gewonnen, oder? Wir sind nur noch zu viert. Was machen wir denn überhaupt eigentlich? Wieso sind wir zu viert? Achso, die sind zu viert. Achso, ja. Ja, weiß ich nicht, was wir hier machen. Die denken bestimmt, die gewinnen jetzt. Den Quizzle cap seine Taktik. Erstmal die Gegner ein bisschen feeden und dann, wenn die gefeedet sind, schlagen wir zurück. Das ist so fett, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Ja, okay. So, ich hab nen Blue Buff. Ich komm jetzt in die Mitte. Okay, die geht back. Ja. Der Donnerspalter. Ich hab nen Donnerspalter. Ich hab nen Donnerspalter, ja. Test. Kann man eigentlich in jede Deck einbauen, ja? Naja, aber bei Mörder brauch ich den auch immer einen. Oh, Rampage von links her? Ja, ja. Wie rennt der denn da rum, der Depp? Aurora links? Warte mal, wie viel hab ich denn? 24? Immer... Nee, der gegnerische Mörder hat mehr. Hier ist King Halas bei mir. Mine? Hm. Oh, wo ist die denn hin? Na, da. Oh. Wo ist der hochgesprungen? Kann ich da auch hoch? Kann auch hoch. Aber das bringt mir nix. Mach ich halt den Goldwaff hier. Bitte! Warte! Achtung, hinter dir! Ah, ich seh's. Ich bin rein! Oh, fuck, man. Aua. Ich hab ihn geholt, hier unterbrochen! Das gibt's nicht. Jawoll. Mach mal Druck da an den Tower hier. Da kommt Mörder. Mörder. Bitter weg. Ah, ich muss raus, ich muss raus. Ich kam nicht mehr weg. Ah, shit. Ah. Was willst du sagen? Ärgerlich. 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 Demo, Riverbuff. Danke. Immer wieder gern. Au, 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 au. Hast du Ärger da? Hier geht noch. Komm von hinne. Romo. Auf die Bellica! Hallo Merduk. Nein. Sehr schön. Scheiß Drohne hier. Oh, Rampage von hinten. Keine Mana mehr. Oh, shit. Keine Mana mehr und schon macht der ein Spell hier. Ich hab auch keine Mana mehr. Der Rest noch. Fimblast, kill ihn doch! Oh, da kommt noch einer. Oh, die Eisbitch. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Was? Jawoll. Wie er ihn weggerotzt hat. Na, kommt ihr nicht hin. Geh zurück. Oder macht die Drohne erstmal kaputt. Aber geht mir zurück, bevor ihr da wieder sterbt, weil ihr seid ziemlich low. Oh. LoLt! Und was? Rufi ihm. Keto Rufi ihm. Gereckstelle. Alter, 11-10 ey. Oh Mann, wie schlecht. Ja, er wird nicht. Okay, gut. Bam und Reloes. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis in der nächsten Folge. Stay Bam! Anzug! Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinde in den Arsch trete, schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...